Tada! Hier ist der nächste Buchtipp von Paragrafen-Sylvia. Und zwar geht es um die 21-Tage-Challenge oder auch Herausforderungen. Ihr könnt auch so rumlesen, ne? Einwandfrei von Will Bowen. Ziel ist Ende mit dem Mimimimi oder auch Jammerfreileben oder was auch immer. So, da hängt eine geniale Idee eines amerikanischen Pfarrers dahinter. Pfarrer hören ja auch öfter mal so Geschichten von Mimimi. Und der hat sich halt gedacht, wie mache ich das, dass ich die Leute davon abbringe. Und zwar, wenn man eine Gewohnheit hat, da habt ihr ja auch schon andere Videos von mir wahrscheinlich gesehen oder mein Buch gelesen. Da habe ich auch mich darüber ausgelassen, wie das ist, wie man schlechte Gewohnheiten oder unliebsame Gewohnheiten wieder sein lässt. Indem man eben ein gegenteiliges Verhalten an den Tag legt. Aber man muss es sich überhaupt erstmal bewusst werden. So, und das hier ist ein Armband. Und da ist so ein Silikonarmbändchen dabei. Und wenn ich also jammere, mich beschwere, negativ rede, ich habe das an der rechten Hand, dann muss ich das wechseln. Ich brauche, dann wird mir bewusst, dass ich in dem Moment meckere oder jammer. Und dann ist gut. Ja? Dann ist es an der linken Hand. Im Optimalfall, sieben Stunden später, am Anfang, sieben Minuten später, sage ich, boah, das Wetter ist ja heute. Tada, Armband ab, an den anderen Arm dran. So, und dann geht es darum, Ziel ist, nach 21 Tagen lang das Armband nicht zu wechseln. Also, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ich weiß nicht, was ihr so für Typen seid, aber wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Achso, der Trick, Entschuldigung. Der Trick ist, fange ich am fünften Tag, also ich fange immer wieder bei eins an. Es kann also sein, dass ich über zwei Jahre lang für die 21 Tage brauche. Im Negativfall. Aber vielleicht bin ich ja auch sehr bewusst und mir fällt das schnell auf. Also, das ist das Tolle. Dann gibt es natürlich einen Club, wenn man dann durch ist, von Menschen, die das alle geschafft haben. Und die berichten dann hier in den Kapiteln von den Herausforderungen, die sie hatten. Ist ein wundervolles Buch. Ich habe gerade heute mit einer schon etwas älteren Mandantin gesprochen, der ich vor Jahren dieses Buch empfohlen habe. Und die gehört zu den am tollsten umsetzenden Mandantinnen, die ich je hatte. Insbesondere, also nicht mit 30, sondern mit über 60. Und die ist heute noch, wie sie mir vorhin geschrieben hat, glücklich mit dem, wozu ich sie damals inspiriert habe. Das macht mich dann wiederum glücklich und stolz. Und wenn wir Herausforderungen im Leben haben, und das wird ja immer der Fall sein, dann können wir einfach leichter damit umgehen, wenn wir nicht rumjammern. Also nicht, dass wir nicht traurig sein können oder so, wenn irgendwas ist. Aber dieses Austauschen der Negativenergie und die Negativenergie auf den Nächsten weiter projizieren, das entfernt dich mit Lichtgeschwindigkeit von der Lösung, die du haben willst. Das nimmt dir Energie. Das funktioniert überhaupt nicht. Deswegen ist für mich einwandfrei genauso ein Lebensbuch wie 100 Millionen Minuten von Wolf Küper, wo ich auch eine Rezension, eine Videorezension gemacht hatte. Auch das ist ein wundervolles Lebensbuch, was echt mein Leben sehr, 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 sehr positiv beeinflusst hat. Und was ich auch immer wieder nochmal hervornehme und was zu meinem täglichen, täglichen Quatsch, zu meinem normalen Programm gehört. Wenn ich merke, dass Mandanten zu mir kommen, dass die mit dem Mimimi oder mit dem, dass die sehr in einer Negativschleife gefangen sind, dann kommen sie in Achtsamkeit und Bewusstheit mit diesem Programm. Und es macht auch noch viel, viel Freude. Ja, das war also mein Buchtipp für heute. Will Bowen, einwandfrei, gönnt es euch. Und dann könnt ihr euch gerne mit mir austauschen. Ganz, ganz klasse. Ich überlege auch, ob ich mal so eine Challenge machen soll. Die Marisa de Pablo, die jetzt da durch irgendeine Schande über mich ein südafrikanisches Land marschiert ist, das verlinke ich euch unten auch nochmal drunter. Die hat einen ganz, ganz tollen Link, einen ganz, ganz tollen Blog. Die hat auch mal eine Challenge damit gemacht. Vielleicht möchte sie das nochmal machen oder vielleicht kann man das nochmal, ja. Ich spreche jetzt hier noch ins Unreine, bei mir wird ja auch nicht geschnitten. Ich habe es jetzt alles gesagt und was ich davon verlinke, das gucken wir dann später nochmal. Vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Und wenn ihr euch die Zeit nehmt, dieses Buch zu nehmen, dann kann ich euch garantieren, dann wird sich euer Leben richtig, richtig toll verändern. Habt's schön, die Paragrafen, Sylvia.